Da sind wir nämlich und jetzt habe ich hier eigentlich Xul immer so gespielt, dass ich auf die verfluchte Ernte gehe, aber dafür muss man wieder ran. Darum nehme ich diesmal vielleicht doch die Sensen, obwohl ich gerade rankomme. Falzelt, bleib mal stehen. Oh, schön rein, Aen, hier in die Eumel. Das hört sich gut an, aber leider haben die wieder einen Anduin als Heiler. Oh, come on, der wirft halt so einen Stern und macht eine Lichtwelle hinter dem Stern und die heilt alles. Äh, aber wir haben geile Diener, schaut mal, die wiederbelebten. Ja, Anubarak. Anubarak finde ich nicht so stark als Tank. Den habe ich früher sehr gern gespielt am Anfang, da war ich full into Arthas und Anub. Oh, come on, die Sensen, ah, zu langsam. Ach, scheiße, es dauert alles noch zu lange, die laufen halt in ihre Base zurück, bis mein Knochenkäfig dann durch ist. Aber, overall, glaube ich, wir können das machen. Müssen ein bisschen aufpassen auf Maltail, der macht nachher richtig ekelhaften, ich glaube, Prozentualen. Anubarak ist halt nur tanky, kann aber auch hochkicken, hat dann Lebensraub mit seinen Käferchen und Falzelt ist natürlich unglaublich gefährlich, kann mit seiner Fassrolle auch zügig weg. Oh, Walla hat Bock, aber er wird protected. Ah, die gönnen nicht, Leute, die gönnen nicht, aber das ist nicht schlimm, vielleicht kommt das noch. Manchmal wollen sich die Gegner ja auch erstmal ein bisschen bitten lassen, ne? Ja, guck mal, guck mal, ich packe jetzt hier Anubarak einfach in den Knochenkäfig, weißt du? Und dann kriegt der jetzt welche angelegen. Na, guck mal, Maltail ist da und Anubarak auch. Ja, guck mal, drei Kills, so. Die Gegner mal überraschen, weißt du? Sehr, sehr gut. Dann nehmen wir hier noch mit und ich glaube, ich gehe wirklich auf die Sense. Also es hat jetzt zwar ganz gut funktioniert mit dem Reingehen und hier mit der verfluchten Ernte, wo du dann immer schneller zuschlägst in diesem AOE-Bogen. Ja, hier, bam, Junge, geil. Aber ich fürchte, es kommen ganz schnell die Situationen, ja, hier, es kommen ganz schnell die Situationen, wo das doch nicht mehr ganz so einfach geht. Und wir dann ein bisschen um das Land kämpfen müssen, das wir hier gerade recht einfach gewinnen können. So, neuer Damesong, ja, würdige Fortsetzung, hat mir gefallen. Und wir hätten jetzt eigentlich gern ein paar tote Minions, ja, dass meine Skelettsoldaten hier mitmischen können. Fortset packe ich wieder in den Käfig. Ja, Glaubenssprung von Anduin, so eine nervige Mistfähigkeit, scheiße. Extra drauf geachtet, dass er das im Idealfall jetzt nicht so mitbekommt. Er ist drauf gesetzt, als er dreingesprungen war. Aber Anduin hat gesaved, Mann. Bar ekelhaft, dieser Glaubenssprung. Ey, Anduin kann so viel. Der hat halt so ein monströs gutes Setup, auch für Aram. Geisteskrank, da musst du eigentlich so viel Druck machen, dass er direkt in den ersten zwei Sekunden oben ist und für den Rest des Spiels nichts mehr reißen kann. Ansonsten, hier, guckt euch die Scheiße doch an. Sogar noch eine Lichtfessel mit rein, Anduin, ich bitte dich. So, Malta-El, schön in den Knochenknast, jawohl, Rüstung mit drüber. Aber der heilt sich ja auch selber. Anub haben wir, das ist stark. Ja, das wäre gut. Heilbrunnen kann ich mir auch holen. Sehr, sehr schön. Ja, Hotz ist auch kostenlos, also ist jetzt kein Placement oder so, ne? Ja, aber kann man sich definitiv mal runterladen. Gibt auch PvE-Motes, aber für Tutorial-Einstiege und so weiter. Das ist schon eine ganz schöne Sache eigentlich. Oh, die Skelettkrieger heilen. Das könnte gut werden. Die hacken da eigentlich immer gut auf den Milis mit rum. Jetzt nicht so, dass es irgendwie übertrieben nennenswert wäre, aber das summiert sich, glaube ich, doch schneller mit auf, als wir gucken können. Gerade auch ein bisschen Mana-Punkte dazu. Wieso denn nicht? Ich habe nachher, glaube ich, noch einen Perk, wo ich statt einer drei Sensen beschwöre. Das wird natürlich ehrenlos geil. Oh, Falset getrappt, Sense rein. Ja, schönes Ding. Und die verfluchte Ernte mit drüber. Stark, gleich die nächsten mitnehmen. Und jetzt müssen sie auch zurückziehen. Ja, ja, ja. Wow. Das war genau der verstärkte Druck, auf den ich Bock habe. Kennen wir als WoW-Lehrer auch nicht anders. Und da kann man dann natürlich richtig sehen, wie Anduin langsam verzweifelt und in sich zusammensackt. Oh, weil er mit so viel Schaden auf einmal dann doch nicht gerechnet hat. Sehr, sehr gut. Ist wie LOL, genau. Also ein MOBA. Ist wie LOL, ist wie Dota. So grundsätzlich. Wir spielen gerade den Aram-Mode. Das ist eben nur die eine Lane. Ansonsten hast du, wie gewohnt, auch drei. Du hast in dem Sinne nicht den traditionellen Jungler. Ja, das funktioniert ein bisschen anders. Du hast auch keine Items zum Kaufen. Sondern du skillst ja hier dann wirklich verschiedene Fähigkeitsverbesserungen. Also ist ein bisschen anders auch. Aber im Grundzug, ja. Im Grundzug riecht es natürlich nach LOL. Oh, da jetzt mal die Giftnova reinbrettern. Habe ich Bock, Junge. Bam. Ah, und er gräbt sich weg. Scheiße. Ah, die sind deutlich schneller weggekommen, als sie gedacht hätte. Aber gut, haben wir investiert in Wiedergefühl bekommen für die Giftnova. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Ist das die echte? Ne, das ist die echte da drüben. Schön Sense mitgenommen. Anduin wurde gesnackt. Stark, Waller hat Bock. Waller wird von Anup belagert. Der kriegt auch gleich einen Knochenkäfig. Und dann ziehen wir den schön weg hier. Wow, 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 wow. Ja, das ist genau der Druck, den ich vorhin meinte. Oh, Erdbeben von Thrall. Oh, da warte ich nächstes Mal drauf mit meiner Giftnova. Dann können sie nicht so einfach wegflitzen, Malta Ehe. Du kriegst auch erstmal einen Knochenkäfig. Und jetzt hauen wir dich einfach weg, du Eumel. Nice, Leute. Schönes Ding. Jawohl. Schönes Ding. Dann füllen wir uns hier nochmal ein bisschen auf. Und Xul mit dieser AOE Giftnova, also die andere Ulti, wäre so eine Reihe von Frostmagiern, die man setzt. Die ist auch wirklich cool. Macht Schaden und Slot, aber die muss halt ein bisschen punktgenauer auch sitzen, ja. Oh, Fallset hier mit dem Windstoß. Und wenn sie das nicht tut, ist halt scheiße. Deswegen nehme ich lieber die Giftnova. Die geht schön in alle Richtungen, ja. Und dann sollen die Gegner zusehen. Oh, Malta Ehe jetzt auch mit seiner Ult. Bisschen aufpassen. Knochenkäfig ist drauf. Anduin saved. Ihn auf Fallset müssen wir halt aufpassen, ja. Versucht auf Anup ein bisschen zu scheißen. Versucht lieber Fallset uns so rauszuziehen, weil Fallset macht hier den Schaden. Andu Barak ist dann nur die Engage-Deko. Oh, Anduin auch so gut, Bro. Stop it. Was zum Fick? Der kommt einfach vor und knötert uns hier schön den CC rein. Ich fass es nicht, aber ich hab Giftnova ready. Ich darf jetzt nur nicht sterben, bevor ich die richtig ehrenlos in ihre Fressen fetzen kann. Das wär cool. Ich baller mein DK zuerst, jawohl. Der wird auch mein Main sein. Mit dem werde ich auch wieder tanken im Raid. Darum ist der erst mal wieder das Herzstück, ja. Aber ich bin gespannt, wie viel ich... Oh, jetzt. Bam. Wie viel ich schaffen werde. Oh, wie sie unterticken. Geil, Anduin. Nette Ult, Bruder. Aber leider out of place. Bin gespannt, wie viel ich schaffen werde im Early Access so mit Levelei. Und wie viele man dann mitzieht und nachzieht. Aber DK hat auf jeden Fall Prio wieder, ja. So, Malta-Ehl. Traut er sich ranzukommen? Ich geh mal hier so ein bisschen drauf. Hau noch eine Sense mit rein. Noch ein Knochenkäfig. Ja, oh, Malta-Ehl, mein Freund. Schön. Malta-Ehl, mein Freund. Und das sah sehr, sehr gut aus. Das war schön. Ja, Anduin war ein bisschen überfordert. Also zu unserem Glück, muss man natürlich sagen. Ich würde sehr gern das Gebäude mitnehmen. Aber Anubarak spinnt mich ein, der Miese. Oh, das ist ja so uncool jetzt. Jetzt kriege ich weder das Gebäude noch Anduin. Hier komme ich nicht lebend raus. Boah, scheiße, Mann. Die Netz-Ult habe ich nicht kommen sehen. Das war ein bisschen Pain. Aber ja, er hat seine fette Ult geskillt, wo er die Kuppel erzeugt. Alle heilt und sie immun macht, ja. Ja, und da ist halt keiner reingekommen. Das war echt scheiße für ihn gelaufen. Hier sehen wir die Nova-Ult. Das sind so drei Snipeshots, die aber auch gesorgt werden können von anderen. Da kann man zwischenlaufen, ja. Das ist schon stark. Und dann sind wir wieder... Ich reite ja auf so einer My Little Pony-Ziege hier, ey. Kein Wunder, dass ich so einen Schaden mache. Hängt natürlich zusammen. Sintura ist mit der Acht dabei. Dankeschön. Oh, die ziehen sich zurück, guck mal. Haben sie ein bisschen Kacka in der Hose, ne? Wenn wir gemeinsam da drauf zurennen, du, da wird denen ein bisschen anders. Domi, hi. So, was haben wir noch? Verlangsamen. Oh, das ist auch stark. Ja, verringern den verursachten Schaden ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, verlangsamen ist nochmal cooler in den meisten Fällen. Da jetzt eine schöne Sense reinbrettern. Da kommen die Nähs. Oh, die gehen gut rein. Die gehen gut rein. Oh nein, die Kuppel unterbrochen stark. Wow. Oh mein Gott. Das ist ja ultra strong gerade. Jetzt dürfen die uns nur nicht komplett zerfetzen. Ja, das war, glaube ich, ein bisschen Anubarak-Fokus. Aber Gift tickt noch. Gift tickt noch. Malta-Ehe war ein bisschen zu mutig. Stark. Huh. Ich dachte aber, als sie hier standen, kriegen wir die schneller zerfetzt, ne? Da hatten die nochmal kurz Bock, uns wegzukicken und wegzustunnen. Aber siehe da, schön die Knochenkrieger jetzt hier. Und rein da mit den Sensen, Junge. Oh, da kommen sie geflogen. Sehr, sehr schön. So, das nehmen wir auch noch mit. Und hier gibt es auch noch eine Sense. Komm, zack. Für die Sicherheit noch so ein bisschen anölken. Sehr, sehr gut. Ja, ein bisschen Toxic, dass sie Malta-Ehe haben, ne? Der shreddert halt mit seinem prozentualen Kack dort schön unseren Tank weg. Aber das war gut, Leute. Jetzt einfach zurückziehen, nicht overextenden und nochmal genauso geil Teamfighten. Ich weiß nicht, wer Anduin unterbrochen hat in seiner Ult, aber das war halt supergeil, weil die dann natürlich zusammenlaufen, um diese Immunität abzukriegen. Und wenn wir die Ult kicken, warst du stark. Wenn wir die Ult kicken und ich dann Giftnova drüber setzen kann, das ist natürlich super nice. Oder allgemein unsere AOEs, ja? Das kommt wirklich, wirklich gut. Ansonsten könnte kritisch werden. Soke ich mit Knochenrüstung? Dachte ich. Sind wir ein bisschen doof gelaufen. Passiert. Doof gelaufen. Fallset kickt. Das gefällt mir nicht hier. Aber die kriegen Schaden. Sie kriegen Schaden. Okay, das war Big Anduin Ult Isda. Giftnova aber auch. Schönes Ding. Ja, guck mal. Oh, das Gift, Bruder. Es tickt. Es tickt. Es tickt. Das war sehr, sehr gut wieder. Aufpassen jetzt bei Fallset. Der will noch stänkern. Der weiß, was er tut. Knochenkäfig ist aber drauf. Aufbiegen. Die Waller-Kills, Alter. Okay, Waller mit dem Mega-Kill. Na, let's set's hier, Leute. Let's set's. So, Giftnova verbessern. Können wir enden? Glaube nicht. Malta Ehe kommt jetzt rein. Wir sind gespannt. Ne, ich glaube, enden können wir nicht. Hm, ich glaube, nein. Ich versuche ein bisschen hin. Ach, weil die ja auch das Tor angreifen, unsere Geschwitze. Scheiße. Der wäre natürlich hilfreich gewesen, der Onkel. Da kommen sie schon rein. Ich gebe ein Knochenkäfig drauf, um ein bisschen Movement rauszunehmen. Schön die Slow-Storn in Sensen. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, nicht übertreiben. Aber wir sollten... Oh, Anubarak. Ach, shit, die kommen sofort hinterher. Anduin auch. Okay, uncool. Uncool, uncool. Aber wir zappen einfach mal rein. Das saft er ihnen noch. Nein! Das saft er ihnen noch. Das ist ja unglaublich. Aber alles cool. Schön welche verpasst. Flory mit der 10 dabei. Vielen Dank. Gut, Leute. Jetzt nur noch mal locker durch die Hose atmen. Wir haben das. Ja. Wir haben das. Kein Problem. Nochmal Ultis abwarten und dann richtig schön engagen, wie gerade. Anduin überfordern. Anub versuchen zu ignorieren. Fortset kontrollieren. Das ist richtig unwichtig. Dann wird er es. Da ist er schon, die Missau. Aber gut positioniert. Thrall fehlt noch. Macht noch nicht zu viel. Wir sind noch nicht vollzählig. Ja, das ist wie beim Klassentreffen hier. Oh, nein! So close. Aber gut, trotzdem. Trotzdem gut. Wir holen raus. Ich hole mir ein paar Skelettsoldaten hier gerade. Ja, ich warte jetzt natürlich auf einen guten Moment für die Blitz... Blitznova, Quatsch. Für die Giftnova. Oh, Thrall! No, aber gut. Giftnova jetzt. Und wir enden einfach. Geht auch. Okay. Okay. Ich dachte, die provoken jetzt noch den weirdesten Teamfight ever. Aber... So what? Dann nicht. GG. Schön. Leider zwölf Minuten, aber ist okay. Ihr habt so ehrenlos Schaden gemacht. Da hat sich mein Hunger noch unter Kontrolle halten können. Ja, ihr habt es versprochen, ne? Ja, ja. Wusste ich, dass ihr das haltet? Sonst hätte ich gar nicht ja gesagt. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ballerst du die Gegner kaputt mal andersrum. So Aram ist da auch echt selten ausgeglichen. Das ist... Fand ich sehr fair, dieses Match, ja. Das ist so.